Wir schreiben das Jahr 2023, Rutenfestzeit in Landsberg am Lech. Aus schlichten Schulausschlügen hat sich ein prächtiges Historienfest entwickelt. Tausend Kinder spielen die Geschichte ihrer Stadt. Bayern-Herzog Ernst tanzt wie einst mit den Schönen der Stadt. Die Landsknechte marschieren auf und die Schweden fallen in Landsberg ein. Vor den Toren der Stadt, Lagerleben der Panduren. Eine Zeitreise. Die Kulisse ist original. Das Szenario erinnert an schwierige Zeiten. 700 Jahre Stadtgeschichte, spielerisch aufbereitet. Lagerfeuerromantik und Markt treiben. Fünf Tage lang lädt Landsberg ins Mittelalter ein. Ein buntes Szenario inklusive Steckerlfisch und allerlei Vergnügungen. Hauptattraktion der große historische Festzug. Die Türme der Stadt ziehen vorüber und kriegerisches Volk. Dann wieder friedliche Farben, frohe Szenen, das ganze Auf- und Ab-Lansberger-Geschichte. Ein Riesenspektakel. Das Ergebnis monatelanger Vorbereitungen. Organisiert und durchgeführt von einem Verein mit vielen freiwilligen Helfern. Finanziert aus Spenden und dem Verkauf von Festzeiten. Man darf sich freuen auf festliche Tage in Landsberg vom 19. bis 23. Juli 2023.